Guten Tag. Hier sehen Sie eine sehr beliebte Stilikone der frühen 90er Jahre. Luftgekühlt, rar und zeichnet sich aus durch einen extrem guten Wiederverkaufswert in der Heimat. Sie sehen hier im überzeugenden Grand Prix Weiß, Metropol Blau, Leder und Dach, ein 1992er Porsche 911 Carrera 2 Cabriolet. Auf wunderschönen Felgen muss man bemerken. Das Fahrzeug zeichnet sich auch nochmal deutlich aus, dass es nur 25.000 Meilen Laufleistung hat, zwei Vorbesitzer, ein Clean Carfax, kein Unfall, alle Serviceunterlagen, komplett durchdokumentiert, aufdetailliert ist und als Florida Fahrzeug wenig Regen oder Schnee gesehen haben kann. Kurzer Blick ins Innere. Von der Beifahrerseite, schneller Blick auf die Bordmappe in allen Handbüchern. Serviceheft, Rechnungsbelege, alles ist da. Hier, liebe potenzielle Käufer, das Fahrzeug ist, ja, Tiptonic, Automatik, sehr schön zum Cruisin', angenehm im Cabrio und im Targa. Es muss nicht immer Handschalter sein. Fahrzeug im absoluten Originalzustand. Hier sieht man auch das Porsche Radio. Wo wir gerade hier sind, kurzer Blick auf den Makler ihres Vertrauens. Auch hier Motorraum, sehr gepflegt. 350 PS. Alle Service gemacht. Alles Ticker drauf. Kurzer Blick von hier. Der hat das Soundpaket, der hat das Komfortpaket, die elektrisch verstellbaren Sitze. Der 964 hat auch schon Airbag. Und hier ein kurzer Blick auf die Laufleistung. 24.967 Meilen. Also sogar noch weniger als gedacht. Rückbank, No-Cover. Weiteren Rundumgang. Noch ein Blick in den Kofferraum. Auch hier alles sauber. Sticker, Option-Sticker unter dem Motorraumdeckel. Immer ein gutes Zeichen für meine Herrschaften. Und auch hier. Alles da. Noch mehr Werkzeug. Ja, das ist ein wunderbares Beispiel für ein 964er Cabrio zum sofortigen Losfahren. Wir, das Team von Schone-Autoburgers und von Lauderdale, Florida, wünschen Ihnen, lieber Kunde, allzeit gute Fahrt und viel, viel Vergnügen mit diesem schönen, luftgekühlten Porsche. Da wir uns nun hier schon bei unserem deutschen Verschiffungspartner befinden, bewegen wir das Fahrzeug nun direkt zum Container. Dort wird das Fahrzeug im Container verpackt. Der Container geht nach Miami, auf Frachter und der Frachter bewegt sich dort nach Bremerhaven zur Entladung, zur Homologation und zum Antransport an den Endkunden. Vielen Dank und auf Wiedersehen.